Musik 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 Besonders willkommen in diesem Gameplay-Freunde Ich bin der Fabian und bin dabei als Büro und dieses Mal krass geht wieder Moin! Ja, es gibt wieder zwei Videos Und ja, wir sind schon direkt auf der Einsatzfahrt Ja, aber es ist schon hier Moin Nein! Oh! Ja, es ist schon hier Nein, Leute! Ja! Och! Guten Tag! Schau mal, das kann ich mir nicht Ich bin hier nicht mehr auf dem Asparegen Ich bin hier nicht mehr auf dem Asparegen Aber... ... ... ... ... ... ... So, warte hin, warte hin, warte hin. So, was hin? Da drauf. Höhe? So, das ist Homepage. 6 Uhr, ich hätte auch ein Bett liegen. Ich denke, das ist aufgestanden, aber ich muss halt nicht sein. Ich hab schon gesagt, wo war? Ja. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. Ich hab mal starten. Ja, wir haben von anderen Seiten. Ich weiß nicht. Komm, ich hab hier eine Hand. 1. 4. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 8. 8. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Willkommen. 12.50 Uhr zu hören. Ja, Sie haben einen Sprechwunsch. Ja, das ist korrekt. Äh, folgende Lagemeldung. Brennt, äh, ähm. Ich glaube, wie sehen kann der BMW? Pkw? Äh, vollbrand, äh, tlf. Mit, erst zu Brandbekannten und, mit, erst zu Brandbekannten vor. Ja, das ist verstanden. Was mach ich heute mal? Angus, Angus-Topf TN2, am, mit Schaum, zum, brennenden Pkw vor. Wassertopf stellt sich halt, um, bereit nach, aufbau der Wasserversorgung, gering. Angus-Topf. Die Zusammenarbeit der Schlautruppe, und der Schlautruppe verlegt danach, die Schlauweite für den Wassertruppe, dass der Wassertruppe noch mit Wasser spülen kann. Marsch! Kanaumamil hält Melchium. Ich könnte, aber es sieht man hier, es ist ein tolles Bild. So vischer. Komm mal, ich schau, kennst deine Entschieds! Kamenrohr los! Hier! Fangen wir. Packst du dran? Guckst du n bißchen? Auf den Luft! Ja, so nix, vielleicht nachmachen. So, Verteiler. Was hat, Thomas, ein großes Problem? Einfach schon da. Ja. Wir möchten das so ein wenig von oben noch mit ab, dass das so ein bisschen auslitten wird. Haut davon eine gute Ladung. Schauen vorne auf den Motorraum drauf. Der brennt ziemlich gut. Den hinteren Teil kühlen wir dann weiter mit euch. Da gibt es einen tollen Sprint drauf. Ja, da gibt es einen tollen Sprint drauf. Wir fahren in der Arbeit. Ja. Ein paar ganze Leute, die umgekehrt. Ne? Das sieht man auch nicht so aus. So. Habt ihr es immer getünkt? Ja, okay. Feuer aus. Ja, wir kühlen das Fahrzeug noch ein bisschen so von weiterem. Und dann... 2,50, 3,30. Vielleicht schön. Ähm, folgende Lagermeldung. Feuer aus. Ähm... Weitere Kühlmaßnahmen werden ausgeführt. Und dann wird einer Stelle an Eigentümer, schräg, schräg, Polizei übernehmen. Ja, das verstanden. Gibt es sonst weitere Schäden oder sowas, was man noch wissen müsste? Irgendwelche Person-Schäden? Äh, nein. Ja, okay. Das ist aufgenommen. So. Los. Minutes. Achter Abend. Oh. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Das ist ja so. Das hat die Kühlmaßnahmen. Ja, das ist ja so. Ich glaube auch, Mann. Juhu, 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 juhu. Hm, hm. Das war mit der Teile, ne, 15 Prozent, genau. Das ist wie ne Vorbereiche. Oh, 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 oh. Ach, ich glaub, was das ist draufgegeben. Ja, ja, ja. So, abgeschüttet. Wie eben kannst du den Polizisten... Ja, auch ein bisschen. Oder vorn. Patrick! Fabian? Ja, wie eben... Du kannst eben mit deinem Polizisten sagen, dass wir mit dem Fahrzeug aus dem Hof können. Ja. Aber sollen eben... Bitte nicht mehr aufparken lassen. Dann bleiben. Nachdem wir darauf gefangen sind. So. Jetzt steh ich nur vor uns, ey. Das hat einer umgeändert, man. 12. 22. Eins am Leitschirm, noch? 12. 22.2 am Leitschirm, er hört. Ja, ich hab heute auch... Ach, wir haben es beide heute. Ja, wir... verlassen jetzt die Einsatzstelle. Feuer ist... Also der PKW-Brand ist komplett gelöscht. Abkühlarbeiten sind abgearbeitet. Einsatzstelle an Eigentümer inklusive Polizei übergeben. Wir gehen hier vor Status 1 und sollten wieder ein. Wir haben uns gespannt. Radissieren. Wow. Es hat einen Begriff auf einmal der named Aeroflug. Ja, wir haben uns einfach... ... das ist ein bisschen wie guckert. Det ist ein bisschen wie kaputt. Ich bin jetzt mal ein bisschen wie kaputt. Tut mir das nicht. Sie sind johann. Ja, dann würde ich mal sagen, schreibt doch in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat, lasst doch mal noch oben da, auch wenn wir ein wenig mit den Funksprüchen gespielt haben. He 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 he. Und dass das Blau nicht irgendwo hinkommt. Schut. Es hat nicht so einen hohen Himmel. Der Himmel ist nicht dick genug. Ja, wie gesagt, heute waren nicht die besten Videos, aber sie sind gut, sie sind gut. Ja. Auf jeden Fall, haut rein euch hin, tschau von mir, bis zum nächsten Mal, tschau bella.